Ich habe euch ein Logikrätsel mitgebracht. Und zwar, passt mal auf. Also, ich zeichne euch hier mal was hin. Ah, der Autofokus. Na, gucken wir mal. Okay. Also, das hier ist ein Gefängnis, ein Verlies. Und in dem Verlies hier seid ihr drin. Ihr seid in dem Verlies drin und seid ganz traurig hier, weil ihr in dem Verlies drin seid. Und ihr wollt da raus aus dem Verlies. Okay. Und jetzt gibt es da zwei Türen. Eine Tür im Westen und eine Tür im Osten. So. Eine dieser beiden Türen führt in die Freiheit. Und eine der beiden Türen in das unausweichliche Verderben. Und ihr wisst nicht genau, welche Tür in die Freiheit führt und welche ins Verderben. Sobald ihr eine aufmacht, ist es vorbei. Seid ihr entweder in der Freiheit, habt ihr Glück gehabt, oder ihr seid im Verderben. Also, das wäre jetzt natürlich 50-50 Chance, ist blöd. Man will ja überleben, man will ja schon Sicherheit haben, wenn man eine Tür öffnet. Jetzt ist aber so, jetzt gibt es da auch zwei Wärter. Also hier gibt es einen Wärter. Wie sieht denn so ein Wärter aus? Weiß nicht. So ein Wärter, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall ein Vollbart, oder? So ein Wärter. So, Wärter mit Vollbart. Hat auch einen Hut vielleicht. So, okay. Okay, Wärter 1. Hier, Strawberrynator. Machen wir mal hier eine römische Ziffer drunter, ne? Und noch einen Wärter. Wärter 2. Okay. Also, wir haben zwei Wärter. Einer der beiden Wärter sagt immer die Wahrheit. Und einer der beiden Wärter lügt immer. Einer sagt immer die Wahrheit, einer lügt immer. Ihr wisst aber nicht, wer von beiden die Wahrheit sagt und wer lügt. Okay. Nochmal zur Situation. Also, ihr habt hier ein Verlies. Eine Tür führt in die Freiheit. Einen ins Verderben. Ihr wisst nicht, welche. Zwei Wärter. Einer lügt immer. Einer sagt immer die Wahrheit. Ihr wisst nicht, welcher lügt und welcher die Wahrheit sagt. So. Jetzt kommt die Aufgabe. Ihr dürft genau einem Wärter eine Frage stellen, um rauszukriegen, welche Türen die Freiheit führt. Welche Frage stellt ihr einem Wärter? Wer die Lösung kennt, wer das Rätsel kennt, nicht spoilern. Okay. 42. Wenn du die Lösung kennst, nicht spoilern, sondern wir gucken mal, was so an Vermutung kommt. Marius kennt es auch. Okay. Wer es kennt, nicht spoilern. Ich habe nachher noch ein anderes Logikrätsel dabei. Becky, muss es eine Ja-Nein-Frage sein? Nein, nein. Ihr könnt die fragen, was ihr wollt. Die Frage kann irgendwie sein. Aber es darf nur eine einzige sein. An einen Wärter eine Frage. Genau, Phil. Ich kenne das Rätsel, weiß gar nicht, von einem alten Kollegen, damals, als ich Zivildienst gemacht habe. Grüße an Alex gehen raus. Schwierig, Oxelda, klar. Also man kann natürlich einen Wärter fragen, lügt der andere Wächter? Das ist eine gute Frage. Kann man nicht fragen, ne? Also wenn man jetzt einen Wärter fragt, lügt der andere Wächter, dann wird er Ja oder Nein sagen. Ihr wisst aber nicht, sozusagen. Oder dann habt ihr die Frage verschenkt, ne? Dann steht ihr da, ihr habt eine Antwort vielleicht auf eure Frage, aber ihr wisst nicht, welche Tür die richtige ist. Das heißt, ihr kommt da nicht raus. Ich würde bei der Frage an einen Wärter das andere mit einbeziehen. Ah ja, okay. Geht schon in eine gute Richtung. Vielleicht, ja. Nein, nein, Christo Matthieu, auf die Frage antworten nicht beide Wärter. Man darf einem Wärter eine Frage stellen. Einem Wärter eine Frage. Streunerpudel, darf ich einen Stift kriegen? Nee, nee, nee. Da bleibt es natürlich für immer im Verlies. Also man will nicht im Verlies bleiben und man will natürlich auch nicht ins Verderben. Christian, steht der Wärter, der die Wahrheit sagt, folgt der Tür zur Freiheit? Nö, weiß man nicht, ne? Weiß nicht, ob der Wärter, der die Wahrheit sagt, vor der Tür zur Freiheit steht. Tja, man weiß gar nichts hier, ne? Man weiß weder, vor welcher Tür welcher Wärter steht, noch wo die Freiheitstür ist, noch welcher Wärter die Wahrheit sagt oder nicht. Und man darf nur eine einzige Frage an einen Wärter stellen, um rauszukriegen, welches die richtige Tür ist. Oh, ihr seid gut. Bies, Nickers und Edan. Das denken wir mal durch. Fragen, welche Tür mir der andere Wärter empfehlen würde. Man könnte also einen Wärter fragen, was der andere denkt. Sehr gut. Machen wir das mal, ne? Fragen wir doch mal diesen Wärter hier, den da. Was würde der andere Wärter sagen, welches die Tür in die Freiheit ist, ne? Das war der Vorschlag, wenn man es richtig verstanden hat, wie Snickers und Elian. Also, was würde der andere Wärter sagen, wenn ich ihn fragen würde, welches die richtige Tür ist, welches die Tür in die Freiheit ist? Also, angenommen, nehmen wir mal an, die Tür in die Freiheit ist W, westliche Tür, ist egal, ganz unabhängig. Eine von beiden ist die richtige, nehmen wir an, die ist die richtige Tür. Jetzt, angenommen, dieser Wärter sagt die Wahrheit und ich frage ihn, was würde der andere Wärter sagen, welches die Tür in die Freiheit ist? Dann sagt er ja immer die Wahrheit. Er würde also sagen, wahrheitsgemäß, was der andere Wärter sagen würde, wenn ich den fragen würde. Der andere würde Osten sagen, weil der lügt ja immer, also sagt der hier Osten. Angenommen, dieser Wärter ist aber derjenige, der immer lügt, dann würde, wenn ich ihn frage, was der andere Wärter sagen würde, er genau das Gegenteil sagen von dem, was der andere Wärter sagen würde. Der andere würde ja immer die Wahrheit sagen, würde Westen sagen, also sagt er auch Osten. Also egal, ob dieser Wärter lügt oder die Wahrheit sagt, er würde immer Osten sagen, wenn ich ihn frage, was der andere sagen würde. Also muss ich immer in das Gegenteil dessen gehen, was der Wärter sagt. Genau, Little Miss Chaos Queen, wenn du fragst, lügt der andere oder sagt er die Wahrheit, dann kriegst du nur raus, welcher Wärter die Wahrheit sagt und lügt, aber damit hast du deine einzige Frage verschenkt. Du bist immer noch im Gefängnis und weißt nicht, welche die richtige Tür ist, ne? Meister, kennst du auch die Version mit den Dreiwächtern? Nein, die kenne ich nicht. Vielleicht erstmal die Frage an alle, gab es eine Haar-Erlebnis bei euch oder müssen wir die Lösung nochmal durchsprechen? Hat jemand noch eine Frage? Meister Typ geht, da sagt der Dritte wächt ja nur manchmal die Wahrheit. Oh geil. Das hätten wir uns für den nächsten Stream, okay? Dann machen wir das dann. Sollen wir nochmal? Wir machen es nochmal, oder? Angenommen, die Tür im Westen ist die richtige. So, angenommen, dieser Wärter hier, ich frage den hier, und angenommen, der sagt immer die Wahrheit. Und die Frage ist, ich schreibe mal die Frage hin, was würde der andere Wärter sagen oder andere Wärter auf die Frage antworten, welche die Tür in die Freiheit ist? Also, der Wärter, der die Wahrheit sagt, würde auf die Frage, welche Tür ist die richtige, natürlich Westen sagen, der Wärter, der lügt, würde Osten sagen. Wenn ich jetzt, angenommen, das ist der Wärter, der die Wahrheit sagt, ich frage diesen Wärter, und angenommen, der sagt immer die Wahrheit. Wenn ich frage ihn, was würde der andere Wärter sagen, wenn ich ihn fragen würde, welches die richtige Tür ist, dann würde der sagen, Osten. Weil der andere Wärter lügt ja, und der würde Osten sagen, und weil der immer die Wahrheit sagt, würde der sagen, naja, der andere Wärter würde Osten sagen. Wenn jetzt aber das der Wärter ist, der lügt, dann würde der ja wissen, der andere Wärter sagt immer die Wahrheit, der würde Westen sagen, und dann würde der auch Osten sagen, der würde Osten sagen. Da denkt sich, der andere Wärter sagt Westen, aber ich lüge ja immer, also sage ich Osten. Also ganz egal, ob dieser Wärter die Wahrheit sagt oder lügt, er wird immer auf diese Frage Osten antworten. Also muss man nach Westen gehen. Vielleicht, welche Mathematik steckt denn da drin? Hat jemand so eine Analogie? Ja, der Wärter sagt die Wahrheit, aber ich frage ihn ja, was würde der andere Wärter sagen, wenn ich ihn fragen würde? Und da der immer die Wahrheit sagt und weiß, der Lügenwärter würde Osten sagen, sagt der natürlich Osten. Ich frage ihn doch, was der andere sagen würde. Genau, Elan. Minus mal Minus ergibt Plus? Ja, fast. Ich würde sagen, Minus mal Plus ergibt Minus. Der Lügenwärter ist immer Minus, der Weizwärter ist Plus. Und wenn man beide miteinander verbindet, verknüpft, kommt immer Minusreihe aus. Das heißt immer die Lüge. Genau, das ist die richtige Frage, Little Miss Chaos Queen. Ja, klar. Also, wenn ich den Wärter frage, der immer die Wahrheit sagt, was würde der Wärter sagen, der immer lügt? Dann würde der das sagen, was der Wärter sagt, der immer lügt. Wenn ich aber den frage, der lügt, was würde der andere sagen, der die Wahrheit sagt? Dann würde der natürlich das, was der wahrheitssagende Wärter sagt, in eine Lüge verkehren. Kommt immer eine Lüge raus. Ist schon geil, ne? Genau. Du weißt, einer sagt die Wahrheit, einer lügt. Und wenn du die beide miteinander so verknüpfst, dass du den einen fragst, was würde der andere sagen, kommt immer die Lüge raus. Genau, die Multiplikation ist kommutativ. Gott sei Dank. Okay. Aber habt ihr super gemacht. Habt ihr super gelöst, ne? Haben wir jetzt rausgekriegt mit dem Wärter hier. Und wenn du den Wärter hier verknüpfst,